Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen News-Folge. Wie ihr im Titel schon sehen könnt, reden wir heute endlich über Spider-Man 3. Wie wird der Film ausschauen? Was wissen wir bis jetzt? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Und wir glauben, dass das Multiverse jetzt endlich kommt. Wieso glauben wir das? Marco kann berichten, welcher Schauspieler eigentlich als erstes dann so bestätigt wurde. Es wurden ja viele Schauspieler bestätigt, das weißt du nicht mehr, oder? Doch, doch, weißt du nicht. Und zwar ist das ein Mann mit Blitzen. Snitzen. Ja, tatsächlich Tom Holland. Wurde als Spider-Man bestätigt. Nee, und zwar ein Mann mit Blinzen. Das war Elektro aus Die Amazing Spider-Man, gespielt von Jamie Foxx, glaube ich hieß er. Jamie Cox. Der war auch da. Genau, er wurde bestätigt als ein quasi Bösewicht-Charakter. Und zwar wie gesagt Elektro. Aber nicht in blau, sondern? In rosa? Ich weiß es nicht mehr. In gelb. Mit seinen grünen Anzug, Comic-klassisch. Okay, also wahrscheinlich nicht der gleiche, aber quasi vom Schauspieler der gleiche. Aber müssen wir mal schauen, wie das echt da abgelaufen wird. Äh, abgelaufen wird? Ablaufen wird. Dann wurde noch bestätigt, tatsächlich Andrew Garfield als Spider-Man. Noch ein Spider-Man. Der wurde ja bestätigt. Das sollte eigentlich später kommen. Achso. Ich dachte, ich soll jetzt die Charakter aufzählen. Ja, wir machen das. Genau, und dann wurde tatsächlich auch Dr. Octopus aus Spider-Man 2 von den Sam Raimi-Filmen offiziell bestätigt. Daraufhin dann auch Mary Jane aus den Sam Raimi-Filmen. Und wie er dann schon gesagt hat, eben plötzlich Andrew Garfield. Voll krass. Und sogar auch Netflix Daredevil wurde offiziell bestätigt. Der wird in dem Film mitspielen. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, hä, was glaubt ihr, wie wird das dann ausschauen, wenn der Daredevil dann mitmacht? Wir glauben gar nicht, dass er als Daredevil auftauchen wird. Sondern, das kann der Marco mal sagen, wir haben eine Theorie, wie er auftauchen könnte. Gar nicht. Weißt du was? Das ist die Theorie. So ein Bild von ihm ganz fützlich. Nee. Nee, und zwar, wir denken, er wird als Nelson Murlock. Heißt er so, Daredevil? Als, nee. Murlock? Murdoch? Matt Murdoch. Matt Murdoch, genau. Nelson ist sein Kumpel. Ach ja, stimmt, ja. Das ist ja die Kanzlei. Nelson Murdoch. Das ist ja seine Kanzlei, ja. Das ist seine Kanzlei, ne? Ja, stimmt. Genau. Matt Murdoch, genau. Dass er quasi als Rechtsanwalt für Peter Parker einspringt. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso müsste jetzt Peter einen Rechtsanwalt brauchen? Und zwar im zweiten Teil, also Far From Home, wo Tom Holland eben Spider-Man war, hat ja, ist ja am Ende dann passiert, ist es ja... Spoiler? Ist ja am Ende passiert, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, Spoiler. Ist ja so am Ende passiert, dass Jamie, äh, na, dass das, äh, James, Jonat, James, Jameson? Jameson. Der Junge, Jameson, was? James, Jonat, Jameson. Sag einfach Jameson. Der Jameson, der JJJ. Der hat ja dann enthüllt, dass quasi, ähm, Peter Parker, also dass Peter Parker Spider-Man ist und dass er schuld ist, dass Mysterio gestorben ist. Zumindest wurde das so hingestellt von Mysterio. Er hat ihn umgebracht, angeblich. Zumindest wurde es so von Mysterio, äh, 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 dargestellt. Allerdings, wir wissen aber auch beide, und wer die Comics kennt, Mysterio ist zu 100% nicht tot. Der hat das einfach vorgetäuscht. Und es ist ja natürlich nicht nur, dass er selbst Justiz begangen hat als Spider-Man, sondern er, äh, ist dann quasi als Mörder von Mysterio dargestellt. Deswegen glauben wir, dass Daredevil theoretisch als Strafverteidiger, äh, auftauchen wird. Danke. Und, äh, quasi sein, sein Rechtsbeistand werden wird. Was dann auch endlich mal eine Verbindung zwischen Serien und, ähm, Film wäre. Eine offizielle. Ja. Dann, wie gesagt, kam ja, äh, Andrew Garfield wurde ja bestätigt. Wer wurde noch nicht bestätigt? Tobey Maguire. Tatsächlich wurde nicht offiziell bestätigt, aber man hat ihn tatsächlich am Set gesehen. Aber nicht offiziell bestätigt, dass er jetzt irgendwie ein Spider-Man ist oder nicht. Wir wissen es noch nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob das noch so ist. Ähm, aber, wie... Und zwar, die Theorie ist, dass auch Miles Morales mitmachen soll. Ähm, welcher Miles Morales, wissen wir nicht. Also wer Miles Morales spielen soll, wissen wir ja nicht, aber das ist halt quasi eine Theorie. Und, ähm, es soll auch irgendeine Verbindung mit den Fantastic Four anscheinend da sein, beim dritten Teil. Weil am zweiten, bei dem zweiten Teil gab es auch ein, zwei Easter Eggs. Aber wir sind uns nicht sicher, ob das irgendeine Verbindung hat. Es könnte sogar sein. Ähm, so, welche Theorie haben wir und was könnte jetzt, äh, passieren im dritten Teil? Max, du bist dran. Ich bin dran. Oh, das ist süß. Genau, oh, wir haben einen Charakter vergessen. Dr. Strange ist bestätigt. Dr. Strange ist offiziell bestätigt. Deswegen glauben wir, dass es geht in Richtung Multiverse. Ähm, wir hatten eine kleine Theorie, dass es theoretisch die Web Warriors geben könnte. Eben mehrere Spider-Mans, die so quasi aus verschiedenen Welten einen gemeinsamen Feind haben. Ähm, in dem Fall, glauben wir, könnte der Feind einfach die Sinister Six sein. Weil das weist schon daraufhin, Electro, ähm, Dr. Octopus und aus den anderen Teilen kennen wir ja dann eben schon Mysterio, ähm, The Vulture und Shocker zum Beispiel. Ähm, genau. Den auch. Und deswegen könnte das schon, wäre schon möglich. Wäre schon möglich, dass die dann wirklich, äh, dass die dann auftauchen und dann quasi die Web Warriors gegen die Sinister Six kämpfen. Ähm, das wäre auf jeden Fall krass. Wir haben aber auch ein bisschen Angst, weil das hört sich zwar geil an, klingt aber auch schon so ein bisschen überladen. Das ist zu viel auf jeden Fall. Ja, weil das, das war das Problem bei Sam Raimis Spider-Man 3. Da haben die gesagt, voll cool, dass Venom und, äh, Sandman auftaucht. Dass aber auch noch der New Goblin, also Harry als Goblin dann auftaucht. Das war zu viel. Das war zu viel und es war zu hektisch und alles ist so aneinanderreint passiert. Ich fand den Film zwar geil, aber ich kann schon auch diese Kritik verstehen. Es war schon sehr überladen. Und wenn Spider-Man, hier, dieser Spider-Man 3, daraufhin dann allerdings, äh, noch mehr überladen wird, könnte es sein, dass es dann halt auch einfach zu hektisch ist. Oder der Film dann drei Stunden geht. Das ist dann halt auch ein bisschen blöd. Ähm, jetzt sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze dann am Ende ausschauen wird. Und, ähm, genau. Was würdest du dir für den Film wünschen, dass er, dass er für dich geil ist? Äh, ich würde auf jeden Fall mir wünschen, dass Mary Jane als Spider-Woman kommt. Das wäre geil. Ja, aber vielleicht gibt es ja auch irgendeine eigene Version mit Mary Jane, ich weiß es ja nicht. Andrew Garfield als die Amazing Spider-Man und so und Miles Morales wäre auch nice. Ähm, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, also das wäre natürlich auch nice. Aber damit, damit es auch ein richtig geiler Film wird, dass halt wirklich auch die ganzen Zusammenhänge einen Sinn machen. Also wirklich, dass das nach und nach, Schritt für Schritt alles erklärt wird und nicht alles auf einmal passiert. So, ne, halt, oh mein Gott, jetzt bin ich, oh, jetzt bin ich halt als Spider-Man aufgelöst und so bla. Vor allem, ich hatte, am Anfang hatte ich die Theorie, ähm, bevor das, bevor das mit den ganzen Leuten bestätigt wurde, dass, äh, quasi Nick Fury, man sieht ja am Ende Nick Fury, der ist ja noch oben bei den, bei den, oh Gott, wie hießen die jetzt nochmal? Genau, bei den Skrulls. Und die Skrulls haben sich als Nick Fury und die andere da ausgegeben. Und ich dachte am Anfang, die Skrulls tun so, als wären sie Peter Parker und im Hintergrund, in irgendeinem Interview schwingt dann Spider-Man oder so. Einfach so richtig simpel dann gemacht, einfach damit jeder checkt, das ist nicht, das, weißt du, das ist nicht. Und dann quasi, und dann quasi, ja, und dann quasi das mit Nels, äh, mit Matt Murdock, dass er nicht für Peter Parker, sondern für Spider-Man einfach einspricht. Verstehst du? Als Rechtsanwalt. Dass Spider-Man ihn nicht getötet hat oder so, dass dieses Video manipuliert wurde und so. Weißt du, das wäre halt auch eine krasse Idee. Okay, aber ich glaube, das passiert leider nicht, das glaube ich eher weniger, aber es wäre eine viel bessere und simplere Erklärung. Damit denken die Leute so, äh, ach so, und dann, oder wenn halt wirklich jemand im Rechts-Rechts-Ding geht, halt wirklich, wenn Peter wirklich vor Gericht geht, dass ein Skrull sich als Spider-Man darstellt. Verstehst du? Und dann, und dann sich als Andrew Garfield, äh, verstehst du, verkleidet, dass quasi, dass jeder checkt, ah ja, ist ja komplett jemand anders, so, weißt du. Das wäre zum Beispiel auch eine geile Idee gewesen, aber ich weiß halt nicht. Es gibt auch noch eine andere Theorie, die mir gerade eingefallen ist, es gibt eine Comic-Reihe, da gibt's so was Ähnliches, das ist so was Ähnliches wie der Teufel. Also es ist nicht der Teufel, aber er hat ähnliche Fähigkeiten und man kann einen Pakt mit ihm schließen. Und, äh, Peter, in einer Comic-Reihe, da wusste jeder sein Geheimnis, jeder wusste, wer er war. Und, äh, und, ähm, mit Mary Jane war er verheiratet schon. Tante May lag im Sterben, die wurde mehr oder weniger, glaube ich, angeschossen, angestochen, irgendwie so. Und, ähm, er hat ein, ist ein Pakt mit dem eingegangen und hat gesagt, okay, ähm, bitte heil meine Tante und mach, dass jeder vergisst, wer ich bin. Dass jeder nicht mehr weiß, dass ich Spider-Man bin. Und dann hat er gesagt, okay, aber der Preis, den du dafür zahlen musst, ist, dass du MJ vergisst. Dass du nicht mehr weißt, wer sie ist. Und, ähm, daraufhin ist er den Pakt dann eingegangen. Und ich, laut Gerüchten soll MJ tatsächlich nicht in dem Film auftauchen. Deswegen ist mir das jetzt gerade eingefallen. Könnte doch dann sein, dass es theoretisch so am Ende, oder dass sie dann halt das letzte Mal auftaucht und dass er dann quasi diesen Pakt eingibt. Geht, das kann theoretisch dann vielleicht auch sein. Aber das würde ja bedeuten, dass sie dann theoretisch eine Besetzung brauchen für diesen Typen. Ja. Für diesen Teufelstypen. Das heißt, damit würden sie wahrscheinlich... Matt Murdock. Werf ist das der von der der Welt? Ja gut, sowas kann er ja nicht. Der der Welt. Aber sowas kann er ja nicht. Das ist ja nur Mensch. Im Endeffekt. Ähm. Aber anderes Universum. Theoretisch. Matt Murdock aus einem anderen Universum. Leute, jetzt wird es langsam echt krass. Das wäre jetzt ja voll die Theorie. Vielleicht irgendwas mit Doctor Strange im Zusammenhang, der aus irgendeiner Dimension die ganzen Leute holt. Weil es gab ja auch in der Cartoon-Serie von der Macy, also der, der unglaubliche Spider-Man, diese DXXD-Serie von Disney. Du meinst Ultimate Spider-Man. Ja, irgendwie sowas. Der ultimative, irgendwie sowas. Äh, ultimative Huche. Ne, auf jeden Fall. Gab's ja auch, gab's ja auch die Folge, wo er quasi mit, mit Doctor Strange was zu tun hatte. Und dann auch Miles Morales und so geholt hat, also halt den Spider-Man aus einem anderen Universum. Kann auch sein. Also, äh, wie ihr merkt, das sind so ganz viele Theorien und, und, äh, ganz viel, äh. Kann man endlos drüber diskutieren. Ja, da kann alles passieren. Wir wissen es halt im Endeffekt nicht. Vor allem, was, was uns jetzt, was mir jetzt noch die Frage offen ist, was haben dann die Fantastic Four noch damit zu tun? Das Ding ist, man weiß halt auch nicht, in welchem Rahmen die auftauchen, die ganzen Charaktere. Selbst Andrew Garfield. Das Ding ist, wir wissen, die machen mit, aber du weißt ja nicht, in welchem Zusammenhang. Kann auch sein, dass die in der Endcredits-Szene eine Szene haben, weißt du? So die Fantastic Four. Kann ja auch sein, dass die gar nicht überhaupt im Film auftauchen, sondern halt nur in den Endcredits. Oder vielleicht macht ja der Doctor Strange das Multiverse auf oder das Spider-Verse eben auf und dann siehst du einfach nur Andrew Garfield oder so oder Mary Jane irgendwo. Es wäre alles möglich. Also es ist leider noch nicht bestätigt, in welchem Zusammenhang die auftauchen. Ähm, das ist ja das. Aber wenn das länger sein sollte, na ich hab mir gedacht, stell mal vor, Spider-Gwen taucht auf, also Spider-Woman. Die ist ja im Universum von The Amazing Spider-Man gestorben. Was das dann für ihn quasi oder für die beiden bedeuten würde, wenn die sich dann einfach wiedersehen. Das wäre dann schon krass, auch das mit anzusehen. Bleibt alles abzuwarten. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie ihr glaubt, dass der Spider-Man-Film werden wird. Und, ähm, was ihr euch erhofft. Ähm, findet ihr das Ganze, ja ich weiß. Findet ihr das Ganze doch ein bisschen zu überladen oder glaubt ihr, das ist genau richtig so? Lasst es uns wissen. Letztes Wort hat der Marco. Und, ähm, es bleibt abzuwarten, es bleibt spannend. Es gibt ja übrigens auch noch eine Theorie, dass Venom auftaucht, ne? So, aber, okay. Ja, äh, das letzte Wort, äh, das letzte Wort, was ich noch zu sagen habe, ist, wie gesagt, das, Max hat es ja schon gesagt, es bleibt einfach spannend. Wir wissen es nicht, wir vermuten einfach so viel. Ähm, es kann alles passieren, es kann aber auch gleichzeitig nichts passieren, wir wissen es halt einfach nicht, ne? Es ist halt so, drei, äh, so zweieinhalb Stunden Schwarzbild, so kann nichts passieren. Nein, aber in dem Sinne mit den ganzen Charakteren und was für einen Zusammenhang die haben. Ähm, aber gut, ähm, wir warten, wir müssen uns ja in irgendeiner Weise gedulden und dadurch, durch Corona verschiebt sich ja sowieso sauviel. Also müssen wir ja noch länger warten wahrscheinlich. Aber ja, ähm, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr dazu hält und was ihr denkt, äh, wie das Ganze ablaufen wird. Und, äh, ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt auf unsere, äh, checkt unsere Social Media Kanäle ab, auch Twitch, wir, äh, streamen immer ein bis zwei Mal die Woche. Wir haben aber noch keine, keinen festen Plan oder so, ihr seht dann einfach auf... Meistens ist es Sonntag meistens. Äh, genau, äh, aber ihr seht halt immer auf Instagram, äh, wir posten dann immer auf Instagram, wenn, sobald wir online sind und wir zocken dann immer so ein bis drei, vier Stunden, also schon ein bisschen länger. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dann. Tschö. Haaah! Richtig. Tschö. 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 Tschö.